hallo und herzlich willkommen zum warwensday und ich habe mich heute entschieden für das spiel war of tanks und ja ich würde mal sagen ich schnapp mir mal sofort die würfel und würfel mit meinen 2 6er würfel eine 11 und da ich ja nur 11 panzer habe 18 1 2 3 4 8 9 10 wenn man mit den schäfchen spielen so stand war gerecht hoffen war das war schnell in einer umreiche sicher ist ja nicht so wie bei das ziel auch schon wo nicht so viele leute spielen hier geht es ja noch recht relativ schnell und dann werde ich mal meine neue maus ausprobieren weil meine eine jahr vor zwei drei wochen kaputt gegangen ist muss ich mit meiner ersatzmaus von laptop die ganze zeit spielen und da habe ich jetzt kein bock mehr drauf das haben wir gedacht ich hole mir eine neue maus und die maus ist gut gut überlegen wir jetzt ob ich noch die passende plastatur dazu hole weil die kann ja auch in dunklen spielen weil die leuchtet so ich würde mal sagen wir fahren hier rechts den weg entlang eigentlich immer ein sehr gefährlicher weg weil da stehen immer ganz viele panzer genau wie oben links und in der mittelfall eigentlich nicht grenzen fühlen meistens nur mit dieser aufklärer wie wir uns da gerade einen sehen und da ist unser kleiner der da lang fliegt oh da ist ein panzer ein aufklärer ein mittlerer panzer ist da und da ist unser kleiner aufklärer schon kaputt dabei draus halt immer nicht jetzt würde ich noch nicht vergessen oh ich bin da mittelfall so ich bin ja Hier schießt keiner, aah da ist einer, oh jetzt schließt die Ati auf mir. Oh, was macht der noch? Wenn der da durch ist, hat ein Pass aufgedrückt. Da ging voll durch ihre Panzerung. Und schleichen. Hier ist er. Da fängt er zu schwach. Der ging nicht durch. Da ging voll durch ihre Panzerung. Hier und kaputt. Ah egal. Not erlebt. Oder erlebte. Tja, das war mal ne Scheißrude. Aber die nächste wird bestimmt besser. Deswegen schauen wir jetzt schon mal die Würfel. Und Würfel eine 6. Was für einer ist es? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Atti, Atti. Artillerie macht Spaß. Ich sah hier mit einer meiner Lieblingspanzer die Atelier immer schön hinten stehen. Und warten bis wir jetzt einen aufballern. Und wieder umdrucken. Das ist der amerikanische M12. Mit dem kommen wir ganz schnell vorwärts. Nicht wie mit dem Engländer. Wenn man nur rugswärts schnell fahren kann. Vorwärts fährt er mit 15 kmh und 20 kmh. Und glückwärts fährt er 38 kmh. Dennoch brauche ich mit 38 kmh vorwärts fahren. Okay, wer runter ist ein bisschen schneller, wer hoch ist ein bisschen weniger. So, go. Warten soll ganz normal. So, jetzt erst mal schnell bescheiden platzen kommen. Wo wir uns abstellen können. Wenn es nicht immer noch nicht mehr gibt. Mit offenen Gewänden ist noch ein bisschen schlecht. Dann wissen wir jetzt eigentlich so hinter den kleinen Hügel. Und dann wo noch den Busch mit dabei ist. Aber... 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 Komm... Ich gucke hier schneller an. Und... Feuer. Ah, getroffen habe ich mich richtig. Aber... Das war's. Ich muss eigentlich die Schwärmpanzer jetzt zerstören. Obwohl die Jagdpanzer sind auch nie weg. Ja, das ist nachher bei der Aktion. Das dauert immer so ewig lange. Ich darf jetzt nie schwimmen. Ich muss mich schnell bewegen. Ich muss mich mal komplett neu fokussieren. Ich muss mich mal komplett neu fokussieren. Oh yeah. Ich muss mich mal komplett neu fokussieren. So... Ich muss mich mal so weitermachen. Ich fokussieren. Ich fokussieren. Ich fokussieren. nein jetzt erstmal nicht schießen oder hat er mich schon gesehen ne hat er nicht da steht hinterm Haus, gut da geht nichts er hat mich gesehen diese Sau ach Mensch so ein Mist hat er mich doch noch gesehen die Runde ging aber auch ganz schnell und mal wieder verloren dann habe ich ihn würfel und würfel eine 6 ne ich will doch gerade nicht und nochmal eine 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so ich würde mal sagen das ist dann jetzt auch die letzte Runde für heute ich hoffe mal ich gewinne eine Runde an dem heutigen Tag und dann geht es morgen weiter mit dem Sports und da will ich ja mein Manager Spiel weiterspielen weil ich ja sonst kein anderes Sportspiel habe und hoffe dass ich mit 96 da gehen werde ich hoffe dass ich mit 96 da gehen werde wir gehen direkt im Weg auf geht's ist an der Straße wir fallen allerdings nicht auf dem Platz auf weil das ist Selbstmord aber das konnte ich ja schon denken und ich fahre nach oben lang aber das ist eine wie noch ja Frage aber ja ich könnte die also gegen den Panzer füllen wir nicht an, ich brauche ja dringend verstärkt oh, die Ati schießt schon vorn oh, noch einen Schuss, dann bin ich kaputt komm, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg Kommen wir nicht weg, Mensch Den Typ 34 finde ich eigentlich ein bisschen besser, wie den Typ 58 Aber Das ist ja immer Geschmackssachen Wir sind umgedrückt Nein Das heißt, die sind in Gefahr Die wurden bei ersten Längchen angekuckt Das kann doch nicht wahr sein, das ist heute nur für ein Tag Nein Das kann doch nicht sein 1111 stehts Ich wollte gerade hier wegfahren Dann hat der mich da abgeschossen Naja, nieder Ich würde mal sagen, das waren die Runden für heute Ich hoffe, euch haben sie gefallen 3 Niederlagen Mit einem da, die muss ich euch schon ganz beschauen Naja, was soll's Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge seid Bis dahin wünsche euch viel Spaß und auch wieder zu sehen Ciao, ciao 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 Vielen Dank.